Ein neues Realität-brechendes Abenteuer Wie dieses hier! 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 AAAAAAAA Musik 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 Und da wären wir bei Double Exposure und Alter, was ist der Grafik los? Äh, ja, continue. Understand. Proceed. Okay, lieber mal hell. Apply. Äh, ich bin so gespannt auf das Spiel. Äh, so. Settings. So, Audio mal als erstes, weil das wird, glaube ich, sonst elendig. So. Äh, so, Deutsch-Wichtigsprachen. Effekt, also natürlich, wir müssen jetzt natürlich uns tragen wollen, dass ich jetzt alles wieder einstelle. Äh, ich mache mal so 45, ich hoffe, dass das nicht zu leise ist. Ich werde das jetzt nach der ersten Folge checken dann. Ich hoffe, dass das keine Katastrophe wird. Ähm, UI. Ne, ich glaube da nicht wirklich. Text Language. Ah, da, das will ich ändern. Nein. All in Deutsch. Äh, Schriftgröße, äh, ganz normal. Dialog, Untertitelanzeigen ganz gerne. Close Caption. Äh. Äh, die lachen so wie Musik. Okay, ja, gerne. Äh, Sprechanzeigen, jetzt ist es immer nice. Untertitel, äh, Zeit für Bissenschein, Hündegolf, ne, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Äh, so, Gameplay. Ja, ich werde das dann bitte beibehalten. Äh, inventieren. Vibrationen ganz gerne. Häufigkeit der, äh, Hinweise Standard. Ja, Kamerasensibilität. Lassen wir einfach mal so. Tasten Sachen, wir schauen mal nachher. Äh, Grafik. 60. Äh, fortgeschritten, ne, hier. Okay, das sieht ganz okay aus. Okay. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt alles angestellt haben, werden wir dann jetzt anfangen mit Max an der Colden University. Neues Spiel. Hier, derzeit ist ja gerade Speicher schon, hier hat noch keiner. Let's go, ich bin so gespannt. Ah, das wird etwas. Ich bin so gespannt, was uns jetzt erwarten. Fünf Episoden von Live is Strange. Hat jetzt drei Minuten gedauert, um da reinzukommen. Oh, leck mich, das wird noch schwer. So, es lädt. Und es lädt. Lädt. Ist ja ziemlich gut, wir haben jetzt alles von Live is Strange durch. Haben jetzt hier noch ganz kürzlich noch den Steph-DLC durchgespielt. Und jetzt sind wir hier mit Live is Strange 4, Double Exposure mit Max wieder in der Hauptrolle. Ich bin so gespannt, was uns erwartet. Und zumal es, was wir noch werden sehen mit alten Charakteren, ob überhaupt vieles von alten Charakteren aufkommt. Also, ich würde mal annehmen, also mit Max in der Hauptrolle würde ich das mal sehr stark annehmen. Und auch mit den Voice Actern, weil ich weiß zum Beispiel, dass zwei YouTuber da mitsprechen bei den Deutschen Synchros. Ne, ich glaube sogar drei. Ich glaube, wir haben Sephiron, Pandoria und Holly LP. Alle drei, die ich sogar ein bisschen kenne. Ich glaube, von den drei hatte ich, glaube ich, am meisten... Entweder mit Pandoria oder Holly am Hut. Holly habe ich halt eine lange Zeit schon nicht mehr geschaut. Ich habe eine Zeit sehr aktiv geschaut. Warum lädt das so lange, Alter? Das macht mir Sorgen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die erste Folge eine absolute Lagging-Katastrophe wird. Ist möglich. Die erste Folge von einem Projekt ist immer sehr... So oft sehr dumm Eis immer mal. Ich meine, weil entweder man bleibt halt wirklich ganz gut, so über dem Eis. Oder es wird entweder Audio-mäßig oder Grafik-mäßig absolut eine Katastrophe. Man bricht halt durch das Eis. Alter, das liegt wirklich Ewigkeit. Oh no. Ich hoffe, dass das nur jetzt die erste Loading-Szene ist, wo sie so lange wird brauchen. Weil wenn das sich über das ganze Projekt zieht, dann werde ich wahrscheinlich mit Cuts ein bisschen euch da aushelfen. Weil sonst... Oh je. Hallo? Hallo? Oh nein. Oh nein. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Boah, Eigerst, wir reden einfach mal. Also, was wissen wir darüber, über das Spiel? Ich habe halt den Haupt-Trailer gesehen. Und sonst noch vereinzelt noch von verschiedenen Sachen. halt mitbekommen. Also, wir sind halt in der Kelton-Universität für Kunst. Ich glaube, das Spiel spielt jetzt neun Jahre nach Live-Stage 1. Das heißt, 2013, 2022 daneben. Max als Haupt-Tode. Von wiederkehrenden Charakteren habe ich absolut keine Ahnung. Äh, wir haben Sophia, die die neue beste Freude scheint zu sein. Äh, sonst habe ich noch von der Lehrerin, also der Professorin mitbekommen, die im Spiel ist, die ein bisschen böse wirkt. Und die Frage ist, wird die zum Hauptböse wirkt oder nicht? Wäre ja passend, wenn man anschaut, wie es bei Max schon abgelaufen ist. Aber es könnte natürlich auch ein Red Herring sein und uns halt auf der falschen Fährte locken. Oder im Endeffekt könnte es vielleicht so sein, ja, nee, so ein böse offensichtlicher Lehrer wird jetzt noch einmal genau wie bei Max, äh, der Bösewicht sein. Echt, warum lädt das so lange? Was ist denn da los? Ich warte jetzt noch ne halbe Minute und wenn es dann nicht fertig geladen hat, dann warte ich einfach mal ab, bis Dings, äh, also dann, äh, schneide ich einfach, äh, rein, wenn es dann eigentlich losgeht. Weil das ist ja wirklich grausam. Was ist da los? Guck, das wird eine lange Nacht. Weil, by the way, ich werde wahrscheinlich planen, das Spiel in einem Ruck so durchzuspielen. Boah, so halbweise, ich kann es jetzt nicht richtig sagen, in einem Ruck, weil Dings, ich werde auch zwischendurch müssen stoppen, weil ich kann einen Speicherplatz mehr haben wegen den Aufnahmen. Und da muss ich halt Dings immer zwischendurch stoppen, aber dann wahrscheinlich so, ja, anderthalb bis eine Episode werde ich immer wahrscheinlich durchbekommen. Dann muss ich mich um den Speicherplatz kümmern und dann weiter geht's. Aber dann, äh, kurzer Cut, bis ich dann Dings endlich loslegen kann. Was für ein grandioser, was für ein grandioser Start. Endlich! Ich weiß nicht, ich habe jetzt das Spiel von neu gestartet und hat funktioniert. Aber was ist mit der Qualität denn bitte los? Das ist ja grausam! Äh, ich guess das. Kapitel beginn. Bitte Qualität, steigere dich, weil das hier wird sonst wirklich eine eklige Erfahrung. Oh, bitte nicht noch wieder Loading-Sohn, bitte nicht. Alter! Wir sind wirklich nicht mit einem guten Start dabei, ah? Oh, nee. Oh! Kapitel 1, Stillleben. Wake von Tessa Rose Jackson. Qualität bitte enttäusche mich nicht. Sieht okay aus. Na ja. Square Enix. Was ist das für ein Ding? Ich nehme an, Max ist da gerade am Schluss. Wahrscheinlich die Künste von, äh, Chloe gehabt. Was das Schlussrednern geht. Ah. Max. Ja, da ist sie. Oh Gott, die Qualität sieht ja auch fernegrausamer. Warum ist ihr Haar jetzt weiß? Habe ich nicht dings die Sprache, äh, Stimmen auf Deutsch gemacht? Äh, warte. Dialogsprache. So. Es gibt viel, was du noch nicht weißt. Echt jetzt, dein Ernst? Wie kommen wir darin vorbei, Max? Hm. Ich gebe noch nicht auf. Lass mal sehen. Hm. Okay, mit den Stimmen kann ich mich noch nicht anfreunden. Ich gehe nicht, bis ich ein paar gute Fotos von dem Laden habe. Hm, okay. Ich will kurz testen, wie ist es, wenn Max Englisch redet. Ich will da schauen. Ich kann mich nicht anfreundigen, wie ich mit dem. Ich bin nicht überrascht, bevor ich ein paar gute Fotos von dem Laden habe. Oh, die alte Max-Jabber. Okay. Ich glaube, das ist auch unfair, glaube ich, gegenüber der deutschen Syncron-Sprecherin. Die hatten wir natürlich nicht im ersten Teil gehabt. Und wurde auch, glaube ich, nie hinzugefügt. Man hat ja nur die japanischen Stimmen da noch, glaube ich, als andere Stimmen verfügbar. Ich glaube, deswegen ist Max, glaube ich, einfach nicht zu übertoppen, halt, weil man es am Englischen gewohnt ist. Ah, ich glaube, ich muss am Englischen bleiben. Ich weiß noch nicht, ob es die gleiche Syncron-Sprecherin ist. Also, auf jeden Fall, entweder es ist die definitiv die gleiche Syncron-Sprecherin und die Stimme klingt halt einfach anders, um halt angepasst an, natürlich, dass neun Jahre vergangen sind. Ähm, oder es ist vielleicht ne neue, die aber auch ziemlich gut, aber die Stimme imitieren kann, wo die vorherige gemacht hat. Ach Gott, die Grafik ist grenzwertig. Oh ja, easy peasy. Sicher about this? Positive. Ich glaube, ich werde ein bisschen experimentieren zwischen der ersten und zweiten Folge, um ein Dings, ähm, die Qualität hochzubekommen. Deswegen, haltet mich durch für die erste Folge, wo die Qualität noch praktisch ist, sagen wir mal so. Oh, tote Ratte. Lecker. Und dann werde ich zwischen elf und eins, zwei schauen. Ups, ganz auffällig. Also, wenn jetzt jemand im Gebäude ist, der weiß die Zeit, dass wir hier sind. Aber ein interessanter Start, ich hätte nicht gedacht, dass wir in der verlassenen Bowling Alley anfangen würden. Und frage ich mal überhaupt, warum, was ist der Grund, wenn wir hier sein? Hölle passt. Ich denke, das ist die Part, wo wir alle Hoffnung abhören. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht den Tetanus kontraktieren kann, vielleicht. Fairer Punkt. Äh, ich hatte einen Freund in Untergrund, der beschäftigt mit diesem Gebäude. Sie hat niemals in dennoch. Sie war sicherlich nicht so verrückt als du. Urbane Exploration ist ein bisschen mein Ding. Ich kann nicht ein verhörteres Ort sehen und einfach nicht in den Ort gehen. Was ist es mit dem wunderschönen Raum? Nützlichkeit, das Potenzial? Äh, ich weiß nicht. Ein abhandenes Gebäude hat das Potenzial, dass es alles sein kann. Nur durch das innen gehen, mache ich es in etwas Neues. Hell yeah, let's hit the bar. Mhm. Not a bad shot. Oh, let me just... Don't. What? I don't usually rearrange the space, if I can help it. I want it to look exactly like it would without human interference. Okay. Got it? Hands off. Is there anything that I should be doing? Kunstprojekt, oder warum sind Wengeschirr? Hübsch ausgehen, mit nem Trink... Max, bist du da gar nicht am Flirten hier? Mit nem Trinky bringen, hübsch aussehen. Eikas, probier mal. Just sit still and look pretty. The job I was born for. Mach Fotos in der Umgebung, ganz gern. Da sind's wahrscheinlich wieder die 100%. Okay, cool. Das ist definitiv weiter anders. Äh, Fotos schießen? Speichern? Keiner. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Gotcha, boss. Ich bin mal gespannt, was die Dynamik zwischen den Zweifeln wird sein. Kann sein. Okay, dann schauen wir uns mal um. Graffiti. Ah, ja. Abraxas. Die Leute sind wirklich gut rum. Ich will das mal schauen. Warum? Das ist aber bei Leisling 3 noch relevant, wo Ding Stefft zum Beispiel da ist. Und dass aber Rücksicht auf diesen Charakter genommen wird eben. Und dann aber nicht hier mit Max, gerade die, die eigentlich den Sturm verursacht hat. Hä? Oder habe ich irgendwas verpasst am Anfang? Portrait? Ich würde gerne den Artikel treffen. Besonders, wenn das ein Selbstportrait ist. Ich bin glücklich, dass Soppy Spaß macht. Ich liebe es, einen unappreciativen Zuschauer zu einem Verzweifeln zu bringen. Hm, was ist das hier, Fleck? Ich bin nicht gerade, oh Gott, verdammt! Ich kann doch nicht laufen. Das war denn ein riesiges Bowling, bei Ellie, eigentlich. Und warum muss ich eigentlich an FNAF denken, nicht los? Almost like a face. Abschluss? Wie alt hast du gesagt, dass das Ort war? Ich glaube, es war in den 60er Jahren. Aber es war nur ein Jahrzehnt ab. Ja, also 2012. Es sieht aus, wie es sich über eine halbe Jahrzehnte verabschiedet wurde. Vielleicht ist das Taki oder was, das schneller die Rät des Decayes. Also die Theorie, dann erklärt mir immer danach, Alter, was ist mit Max passiert? Also neun Jahre Unterschied natürlich schon. Ich meine, wouldn't that jacket be totally decayed by now? Neun Jahre Unterschiede. Das ist Kator. So, es sieht aus wie ein Gesicht. Also ich kann irgendwie so ein Gesicht da drin. Äh, da 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 da, Fotoschießen. War ich schon? Noch einmal untersuchen. Es sieht aus wie ein Gesicht. So, und hier? Als ob ich nicht über diese Planke kam. Dein Ernst? Komm, reden wir mal mit dir. Was ist mit dir schreit? Nichts. Hm. Drückt her, um Ziele zu sehen. Okay, die Bowling-Bahn-Fotografie. Oh, Nachrichten. Keine Internetverbindung. Fuck! Cross-Talk, auch keine Internetverbindung. Okay, das muss man so später untersuchen. Heil Satan. Hm, edgy. Hm, yep. Bereit, dich zu dem Prinz der Lachen? Hm, hm, ich bin glücklich, Sophie hat Spaß gemacht. Ich liebe mich, dass eine unappreciativen Zuschauer zu einem Verzweißerung zu bringen. Gott, ich habe nicht gewollt, seit ich klein war. John Whittles' 9. Geburtstag, wenn ich mich erinnere. Wierer Kind. Was, um dich zurück zu Beginn zu bringen. Schau dir das. Aber wie ist hier aufgebaute, es scheinen mir, es müssen wir in diese Richtung gehen. Aber ich will noch schauen, wo, hier weiß etwas. Lach. Vielleicht, wenn ich das nur ignoriere, nichts wird davon ausgehen. Oder im schlimmsten Fall fallen wäre und darunter wäre, wenn wir ein bisschen tollpatschig sind. Wenn mir passiert, ich würde wahrscheinlich mit einem Fuß da irgendwie reinlatschen. Ich bin so glücklich, dass Softby mir dieses Platz gezeigt hat. Ich bin so glücklich, dass Sie mir dieses Platz gezeigt haben. Ich bin so glücklich, dass Sie nicht in eine Minute gegrüßt haben. Nein. Schau dir das? Wow. Es sieht so viel cleaner, als es online gemacht hat. Es gibt Fotos? Ja. Der alte Website ist immer noch auf. Ich weiß, wer die Hosting-Fie ist. Niemand, der liebt Kitsch. Und Kut. Was? Hast du herausgestellt, was dein Fokus noch zu sein wird? Nicht noch, aber ich weiß es, wenn ich sie sehen. Das ist eine gute Sache, dass dieses Gebäude nicht auf der Kampus. Meine Mutter hätte sicherlich auf den Boden gelegt. Können wir hier rüber? Ja. Neues Gewölf Poesie? Denke an die expensive neue Lit-Buildung, die sie mit verwendet hat. Für sicher. Expensive, neue und ... ... zu schalten. Okay. Nein, nein, ich finde, es ist aber lieber, wenn man wechseln kann und zwischen laufen und nicht laufen. Manchmal habe ich es lieber versucht, ein bisschen zu schlendern. So. Okay, da kann man nicht hin. Okay, untersuchen. Sie mussten dachten, dass etwas wert ist, zu behalten. Nachdem sie dieses Ort abzunehmen. Aber bevor wir das machen, möchte ich mir den Rest mal umschauen. Schauen wir mal. Wenn ein Ruf in einer Bowling-Alley und keiner ist da, um es zu hören, ... kann man das Geld immer noch abzunehmen? Die Welt weiß es nicht. Ich zeige dir, dieses Ort war ein Pferd in der Hölle. Behold. Ein Ruf. Oh, das ist schön. Ich denke, es sieht aus wie ein M&M aus. Ja? Ich denke, es sieht aus wie ein Mr. Pina oder das. Und ich liebe es. Ich frage mich, ob es gibt eine Art von hier raus. Was? Jetzt geht's. Hä? Es ist kein Diebstahl. Es ist kein Diebstahl. Ich bin nicht sicher, dass das in der Hölle halten würde. Nein, wahrscheinlich nicht. Nun, es geht nicht mehr. Es ist viel zu groß, um uns mit nur den beiden. Mit ein paar mehr? Relativ. Ich finde. Superlone. Stimmt, ist gut gewählt. Schnauze waren das Problem der ersten Fotos meiner, die deine Mutter immer sah. Und zu Safi sein ist auch nicht schlecht. Dieses Jahr der Kaladon-Universite-Artist und Residenz hat meine Mutter Fotos? Wie gemein. Entschuldigung? Do you really think I'm the kind of girl who would just send foot pics to anyone? It's always the quiet ones, Max. Always. It was a shot of a messy closet in a condemned house. Someone left behind all their shoes. Your mom loved it. Hypocritical of her, considering she never liked it when my closet was messy. So. Asikuras. Was? Figured out what your focus is gonna be yet? Und das suchen, haben wir schon? Not yet. But I'll know it when I see it. Hm. Wahrscheinlich mit der Plane eben zu tun. Oh Gott. Oh ne, das hat mir schafft. Sometimes I feel like someone is eating my brains with a spoon. Ähm, Mini-Maskochinas hab ich nicht gesehen. Oh hey, my very own Mr. Peanut on mess. Life finds a way. Niemand. I could never resist a deal. Haha, quich quich. Diese Aktion wird Konsequenzen haben, ne, keine Ahnung. Habe jetzt irgendwie so etwas erwartet. Oh, eine Schlagertafel? Mein Geld ist auf. Eine halbe volle Bickleiter, um es alles zu gewinnen. Äh, Dienstag, LGBT-Bowling-League. Äh, Bill, äh, Violet, Femmes mit Hatt in the Gutter, Copper, das ist eine halbe volle Bickleiter, 3-Bowling mit 5-4, was censored und mein Turnier. Oh, Mann. Ich bin neun Jahre alt für meinen Freestlice von Zah. Oh. Studenten-Appel, Donnerstags, ah, Donnerstags in der Nebula, Bölen zum halben Preis, kratzt ein Stück Pizza, kratzt ein kleines Softdrink mit, äh, gültigem Kalodon-Stuten-Ein-Ausweis, deswegen ein bisschen zu spät. Okay, I see. Äh, Ruhmes Haller? Ich habe nie etwas über den 180. Weg zu gehen, Doug. Oh. Oh, Doug, nein. Do Gumballs have an expiration date? I'll pass. Alter, die Umgebung sieht wirklich grausam aus. Is this seizing the means of corruption? Oh, ihr wollt was? Ne, das ist gar einfach Automatops. Mmm, hier scheint nix mehr zu sein, also I guess, wir werden uns an die Plane mal machen. Ich bin gespannt, hier wird wahrscheinlich, ich denk's, Max das finden, was sie will. Oh. I bet that was stunning when it caught the light. Oh shit. That's it, huh? Hm? The centerpiece you wanted? Right? The loneliest thing in here, or whatever. It was made to get beautiful. And now I don't know who ever looks at it. Until today. Something like that. Not in love with this angle, though. There. Help me find a way up. You got it, boss. Seh, den Weg nach oben. Den Weg nach oben finden. Also da hin, oder wie? Verdun, die Treppen würd ich mal annehmen, oder? Wahnsinn. Nein, danke. Ich value meine Ankelen. Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, hey, du kommst doch da locker hoch. Nee. Ich seh das Problem. Okay, das ist viel zu gefährlich. Okay, nee. Da versteh ich's. Ähm. Wo könnten wir denn sonst hier hoch? Hm. Was schreit mir hier nach Weg nach oben? Ne, okay. Hm. Hier vielleicht... Nee, ich glaub nicht, dass es hier weitergeht, ne? Naja, hier jetzt auf. Okay. Geht's auch nicht weiter? Absolut, aber wie? Also die Treppe definitiv nicht, die ist auch zu gefährlich. Hier im Anfangsbereich. Schau mich mal um, aber ich seh jetzt nicht direkt auf den ersten Blick, wo ich mir denke, ah, da komm ich ohne Problem hoch. Was? Wir sind in der Anfangsbereich. Die Tür da vielleicht? Das sieht verdächtiger. Ah, ich komm da nicht hin. Scheiße. Ähm. Okay, wir gehen mal wieder in, äh, in die Proximität. Wohndings. Und schauen, ob sie da vielleicht irgendwas gefunden hat. Nein, sie kommt auch grad zurück, äh, gequatscht. Oder ist das nur, weil wir jetzt, äh, da näher waren? Ne, sie geht auch so much dahin. Okay. Schau mich mal hier unten noch, äh, hier unten. Hier hinten noch um, ob ich irgendwie fündig werde. Aber der Fakt, dass sie grad da hinten hingeht würde, für mich deuten, dass es da hinten ist. Allerdings kommen sie wieder hier hin. Okay, keine Ahnung. Äh. Also die Treppe ist viel zu gefährlich. Ja. Oh. Sieht so aus, wie jemand hat das benutzt, um die Städte zu gehen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das auch so gut ist, weil ich glaube nicht, dass das das aller Städte ist. Ja, gut. Ja. Ich bin gut. Das... könnte sein schlecht. Ja. Das ist, was du brauchst, wenn du einen wunderschönen hast, in der du wunderschönen hast. Ja. Okay, danke. Okay. Okay. Mhm. Aber als erstes umschauen. Okay, hier können wir nicht hin. Ja. 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 Ich bin echt sicher. Ja. Okay, ich bin echt klar. Ich bin echt großartig gelöst. Ich habe immer gefragt, was in einer Bolling-Ball drin ist. Es ist einfach nur eine Bolling-Ball. Ich frage mich, ob die Geburtstagskarte noch weniger erschreckend war, in der Zeitzeit. Wollte ich das verstehen? Was ist denn? Sind Sie hier, weil ich einen von Ihren Kindern genommen habe? Habe ich ein paar Fähigkeiten wiederbekommen? Es ist ziemlich schade, die sich um die Leute zu finden lassen. Das ist der 2. größte Monke-DJ, den ich je gesehen habe. Ja, das ist das Angle, den ich brauche. Oh! Nice! Was haben Sie denn gefunden, bitte? Wow! L.A. Service, auch? Dieses Ort ist faszinierend. Bitte erinnere mich, deinen Ladder-Driver zu tippen. Hast du deinen Schuss bekommen? Und lass uns die Hölle aus dieser Möbel-Ball! Nein! Okay, wir haben uns umgeschaut, also dann... Äh... Sind Sie sicher, dass das Ding sicher ist? Ich hoffe! Nein! Danke für die Versicherung! Wirklich, danke für die Bier-Schöns! Komm! Ich schweig! Diese Lohnheit macht mich auf ein Sandwich. Schönes Dismau. Schau das! Es ist perfekt! Oh! Show me the angles! Ähm... Max? Safi? Oh mein Gott! Was? Ich hatte schon die ganze Zeit den Saison, dass das irgendwann runterfallen wird. Äh... Hast du gerade die Kamera gejated? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh! Oh! Holy shit! Are you okay? Oh! I need a drink! Do you need a drink? Kann man in Ordnung? Äh... Turtle? Turtle! Okay. Boah! Ich würd sagen... Hier, wenn wir die erste Folge... Ich... Bin noch zwiegespalten mit dem Spiel, aber mir gefällt's irgendwie selber noch. Also... Auf einer Seite bin ich noch so... Ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite halt noch... Ein bisschen... F... Habe ich meine Sorgen irgendwie. Es... Es ist komisch, es ist jetzt live ist strange, aber es fühlt sich nicht an wie live ist aktuell. So... So fühlt sich gerade an. Es ist ganz komisch. Oh! Oh! That's okay! We will! Chloe! 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 Es lädt! Oh! Wann? 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 Ähm... Ich... Ich meine... Nein... Ähm... Hallo? Ich bin nur noch tot. Ähm... Irgendwie ein... Starker PC gebraucht ist. Boah! Ich spiel mal kurz das Spiel, weil sonst wird das hier gar nix. Äh... Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat die erste Folge... Ein bisschen chaotisch... Äh... Am Anfang mit dem Laden und alles. So... Ich hoffe das wird nix mal besser. Ich schau jetzt halt dings... Offscreen jetzt... Äh... Für die zweite Folge, dass es ein bisschen besser aussieht. Was sieht absolut grausam aus. Aber es hat leider schon ein bisschen geruckelt. Das heißt wir müssen irgendwie schon da eine Balance finden zwischen das grafisch gut aussieht. Und gleichzeitig halt nicht komplett die Aufnahme scheißt. Aber dann... Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dann beim nächsten Mal. Bye bye! Bye!